Warte, ich brauche eine Uhr, ne? Ja, Freunde, und während Calvin eine Uhr sucht, begrüße ich euch schon mal ganz recht herzlich zur weiteren Aufregel neuen Folge von Boomers Bombenboot. Ja. Ihr musstet leider ein bisschen länger warten auf diesen Teil jetzt hier, weil Calvin keine Lust hatte. Keine Zeit hatte, ich habe nämlich Schule und muss nicht zu Hause rumsitzen mit einer kaputten Kniescheibe, das habe ich nämlich schon hinter mir. Ja, mit beiden kaputten. Da durfte ich nämlich noch nicht mal reden. Naja, bei manchen Leuten muss man das halt sagen, weil ansonsten texten die einen zu und deswegen hat man bei dir gesagt, pssst. So, Freunde, aber jetzt darf er reden, er soll reden, er soll mir nämlich weiterhelfen, denn wir haben in diesem Teil hier oben im Klippen, in der Klippenklamotte etwas übersehen oder nicht bekommen. Und das werden wir uns jetzt holen. Mach das mal. Und mir hat es schon jemand in die Kommentare geschrieben, dass es wohl ein Fehler war, den ich leider Gottes begangen habe, dass ich mir die Münze geholt habe, die da in dem einen hinter den zwei roten Wespen waren, bin kaputt gegangen und hatte dann ein Safe State geladen, wo ich noch nicht da drin war und hatte dann vergessen, da nochmal reinzugehen. Ah, okay. Deswegen ist das eigentlich relativ easy-peasy jetzt hier. Wir pesen jetzt hier hoch, da ist nämlich schon das Erste. Ja, toll. Sehr gut. Na, finde ich auch. Und, ähm, schnappen wir uns jetzt 15 Bananen. Ich glaube, das ist das hin- und herlaufen, ne? Nein, das ist der Scheiß. Haben wir es nicht schon gemacht? Nein. Feierabend. Toll. Musst speichern. Naja, hab ich auch gerade. Vergessen. Mich hat schon aufgeregt, dass ich Dixie verloren habe. Da hab ich schon keine Lust mehr gehabt, so wirklich. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Nein, gar nicht. Das merkt man bei dir nie. So, dumm, 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 dumm. Man schafft es nicht. Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren. Einfach rüber segeln. Ja, ist, wenn es mal so einfach ist. Segeln. Sobald du schwarz... Segeln. Sobald Dixie auf eins der Fässer gestößt... Ja, das ist mir schon bewusst. Du musst da zwischendurch. No. Aber das war keine schlechte Idee. Ein bisschen weiter unten noch. Nein. Das war zu tief. Nein. Ey, was ist das für ein Dreck? Weißt du, solche Sprünge, ne? Die... Ah, geil. Weißt du, wir spielen zwei Minuten. Weißt du, aber solche Sprünge, ne? Wo man sich einfach nur so denkt, so... Hey, das ist doch eigentlich einfach. Ja. Ja. Ach, Freunde. Ja. Nein. Wie viele Prozent hatten wir? 91 Prozent hatten wir oder so, ne? Ja, irgendwie so weit. Man, wieso jetzt? Na, also geht doch. What the fuck? Das war gecheatet. Nein, war es nicht. Nein, 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 nein. Oh. Hä? Zeige ich doch. Och, Mann. War wieder umsonst gemacht. Das ist doch kacke. Dann war es das zweite Bonusfass. Aber das haben wir doch auch gemacht. Fehlt nicht die Münze? Nein. Du hast doch gesehen, dass das Fähnchen, das gelbe Fähnchen oben war. Sicher? Ja. Ach so, nicht stimmt. Es fehlen drei. Wir waren doch immer drei Fässer. Nein. Und wir haben eins gefunden. Wow. Cool. Das heißt, du musst noch zwei finden. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nur eins. Nein, aber es sind drei in jedem Level. Hallo, hallo. Ey, diese Affen. Diese Affen. Die machen ein B-Kloppt. Nein. Siehst du, was ich meine? Ich überlege gerade, wo das dritte Bonuslevel ist. Dafür muss ich ein wenig kramen. In deinem Gehirn? Nein. Nein, das ist die falsche Seite. Ach, es ist doch nur ein Bonuslevel. So. Ich finde gerade nichts im Gehirn. Na sowas. Wie kommt sowas nur? Ach, das ist doch so krass. Man möchte alles haben und dann... Mann, möchte man auch hier die Gegner besiegen. Aber es klappt nicht. Übrigens hat jemand sich gewünscht, dass du auch mal bei GTA 5 dabei bist. Kann man bestimmt mal einrichten, ja. Auch wenn das natürlich immer doof ist, weil man da... Ich höre ja nichts, Freunde. Das müsst ihr mal bedenken. Ja, aber Glenelg kann lesen. Ja, das stimmt. Aber das ist wichtig. Ich finde nichts im Kopf. Ach ja. Gut, dass ich auch noch im Kopf habe. So, hier war das jetzt. Ja, das zweite, aber es fehlt ein drittes. Das haben wir nämlich auch schon, wo du jetzt drin bist. Ach, Dixi ist wieder zu schwach. Hap! Hup! Das war das hier noch nicht? Genau, hier waren nur die Versticker. Shit! Ich suche gerade schon. Im Kopf. Und vielleicht kann ich dir wohl sagen, Ja, lass dir ruhig Zeit in deinem Kopf. Da ist ja eine Menge drin. Da, hier. Da ist eine Menge drin, ja. Na, das muss ich wieder mit Dixi machen. Weil Kidi ja zu langsam ist. So, das. Das. Nein. Was hatten wir hier? Ach, da war nur der Buchstabe. Den brauchen wir nicht. Ha! Ich glaube, ich weiß, wo das dritte Bonuspass ist. Siehst du, nach dem G war das, der Große. Moment. Genau. G. Sag ich doch. Du hast vollkommen recht. Ich weiß, was in deinem Gehirn abgeht. Wir kennen uns ja jetzt schon lange genug. Freunde, das ist auch erschreckend, wenn man sich mal so die Zeit zur Revue passieren lässt, wie lange der Calvin und ich uns schon kennen. Wie lange wir schon ein Pärchen sind. Das sind wir ja erst seit wenigen Stunden. Alter. Naja, Affen. Ein Affenpärchen. Freunde, weil findet die Hochzeit statt. Haha. Die fand schon statt. Im Privaten. Mit 300.000 Besuchern. Ja, ist klar. Auf der Gamescom, oder was? Ja, genau. 300.000 Besucher in einer Stunde. So, besiege alle. Ich betone alle Gegner. Aber die kommen doch alle zum Fan-Treffen, oder? Ja, natürlich, klar. Aber das haben wir doch auch schon gemacht. Ja, aber da muss das mit dem Safe-State passiert sein. Ach so. Das heißt, es war damals gar nicht mein Fehler, du Vollhorst. Das ist immer dein Fehler, du Oberhorst. Du bist nämlich der Horst. Das kannst du vergessen. Wenn du direkt am Anfang schon Fehler machst. Ja, das geht auch nicht. Wieso machst du denn das? Ich mag Fehler. Echt? Ja, aber das kannst du alles. Ups, Allah. Was war das denn? Das stille Wässerchen. Ach was. So, ich lasse mal Zeit. Zack, da ist sie nämlich. Ah, sehr gut. So, das heißt, wir können jetzt das machen, was das Spiel so viel geiler macht. Einmal dies und einmal das. Wenn man die Kombination nämlich weiß, dann ist das kein Problem. So, dann sind wir jetzt hier gelandet bei Swoopidupi. Was gibt's denn da zu lachen? Da hatten wir aber auch schon welche, das weiß ich. Ja, Baby. Und hier. Oh. Das war, glaube ich, auch an einer Stelle, wo ich gesagt habe, hm, guck mal, da geht's irgendwie komischerweise weiter. Ist das so? Nein! Ich glaube, du bist sehr froh, wenn dieses letzte Play vorbei ist. Kann das sein? Oh, ja. Obwohl, eigentlich schade. Auf der anderen Seite, das war schon bei Country 2 so. Dass man sich gedacht hat so, hm, ich bin so froh, wenn das Spiel vorbei ist. Und dann, wenn man kein Donkey Kong mehr hat, dann, es fehlt irgendwas. Es ist wirklich komisch, es hört sich blöd an, aber es ist wirklich so. Ja, gibt ja noch genug Spiele. Na, so viele noch, wieder nicht. Das Donkey Kong 64, hallo. Kotzt die Biene mal an. Äh, da unten das, das haben wir auf jeden Fall schon, das weiß ich. Richtig. Ähm, das, wie gesagt, mit dem Donkey Kong... Nein, nein. Och. Das war knapp. Das war mehr als knapp. Das mit dem Donkey Kong 64, das weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich schaffe. Ja. Ähm, weil es, also das Spiel selber gefällt mir jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich. Und da muss ich mich leider echt erstmal über, inspirieren lassen und überraschen vor allem. Ja. Ob ich, äh, mich daran gewöhnen kann. Aber nun gut, das ist eine andere Sache, die du jetzt hier nicht hin... Viele von euch haben ja schon gesagt, verspielst du auch Donkey Kong 64? Ich bin einer, der sagt, wenn ich ein Spiel einer Reihe spiele, dann möchte ich die ganze Reihe spielen. Weil ich möchte es komplett haben. Hier wird es echt kompliziert, aber ich gebe mir Mühe. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier rein. Ah. Und hier sagte man mir auch in den Kommentaren, dass ich wohl... Hallo? Kotz die Biene an. Ähm, die Münze, die fehlt, genau da finde, wo auch die Donkey Kong Münze ist. Und ich glaube, hier oben ist es auch schon. Jawohl, da ist es nämlich. Siehst du, dass da oben geht es nämlich weiter? Oh ja. Jetzt muss ich da nur noch... Na, das wird ja spaßig. Passend reinkommen. Nein, aber fast. Ah, der hat ja was. Warte kurz. Jetzt. Ah. Ey, wie soll das funktionieren? Ja, du musst genau dann rein. Ja, du musst den Schwung nämlich mitnehmen. Nein. Ach, das war zu früh. Versuch mal oben rum. Nein, ich muss den Schwung mitnehmen. Nein. Ach, das war zu früh runter. Weißt du, das ist, das ist so eine Sache, die, die, die gelingt, die gelingt ja einmal am Tag. Nein, das war auch schon. Du hast Alter gesagt. Muss, muss, nein. Oh. Muss Andi schon wieder mitzählen. Wieso Andi? Macht das nicht Spanne? Ach, meine ich doch. Wie komme ich jetzt auf Andi? In seiner Zockerbude. Der schreibt übrigens auch wieder in die Kommentare. Er ist wieder da. Echt? Hallo Andi. Andi. Ah, die. Nein. Nein. Och, Mann. Und die kannst du auch nicht abschießen, ne? Nein. Das wäre ja einfach. Du musst echt den perfekten Winkel im perfekten Moment erwischen. Ja, mach das doch mal. Ja. Speichern. Ja. Stell dir mal vor, das gab es früher nicht. Ja, ist schon krass. Und das Geile ist, der... Hier kommen ja andere Vögel. Darum ist die Donkey Kong Münze. Der Kevin, der hier dieses Spiel hier so abgöttisch liebt, der hat mir gesagt, ne, wo er früher gespielt hat, Mann, bin ich denn bescheuert? Ja. Da hat er das alles in allem durchgespielt. Und das ist schon Wahnsinn. So, und da, wo die Banone ist, da müsste es fast sein. Ah, na dann, viel Spaß. Nein. Das wird jetzt wieder witzig. Nein. Wie soll man das machen? Ganz easy. Kevin, wir können gerne tauschen. Ihr geht ja nicht. Äh, wo ist Sporks? Tot. Ah, sieht gut aus. Vorsichtig! Vorsichtig! Der Pieperz kommt immer an der gleichen Stelle raus und trotzdem... Vorsicht! Nein! Ach! Warum auch mal zwischendurch speichern? Ich will ja hier mal mein Skill zeigen. Ja, dein Skill, dein Können. Die Verbindung ist heute gut. Das Problem ist, Freunde, spielt das hier alles mal mit Tastatur? Ja, warum bist du nicht auf Kontrolle umgestiegen? Kontrolle? Kontrolle? Weil ich, armer kleiner Kerl, kein Geld habe dafür. Ist das so? Nein, an der Banone vorbei. Aber 500 Euro für irgendeine komische Märklin schlag mich tot. Erstens, fahren wir kein Märklin. Zweitens, ist das nicht... Das, sondern was ganz anderes? Ja, ich hab sie! Cool! Da denkt man mal nicht da dran. Und wir haben nämlich jetzt 25 Münz, mein Freund. Muss ich dir wohl mal einen Controller schenken. Controller? Soll ich hier? Können wir das? So. Hättest du nicht irgendwo ein Fass mitnehmen müssen? Ach nee. Eines krieg ich ja. Bums! Ha! Sehr gut! Sehr gut! Und tschüss! Brauchst du nicht weiterspielen. Ach schau. Ich möchte noch die Dings haben. Die Dings haben. Brauchst du nicht weiterspielen. Jaha, ich weiß es doch. Mann, Zeitverspendung. Klappe. So. Sehr gut. Jetzt können wir uns neuen Sprengstoff kaufen. Sprengstoff? Ein Boomers Bude. Oh hell. Sei nicht so. Gib mir schon die Kohle. B-Bowle. Lass krachen, Alter. Gut Idee, Kitty. Du hast damit genau eine von Boomers Vorführungen erworben. Toll. Jetzt will ich noch ein Samarand. Lalalalalala. Upsala. Hm, wie immer. Warum kann ich jetzt der Flamme nicht hinterher... Macht das gerade so Zischgeräusche? Ja. Aber erst vorher fragen. Und jetzt, Achtung. Es war fast synchron. Ah. Und es geht Raketenrausch. Und wir haben alle Geheimnisse schon. Ich war hier schon und habe mal eben alle Geheimnisse eingesammelt. Mal eben. Mal eben, genau. Raketenrausch startet jetzt. Und wir haben tatsächlich eine Rakete. Ich fass es nicht. Und Dix ist auch mit dabei. Und ich wollte da um... Was? Ach nein, das ist... Das geben. Ach, runter? Es ist... Nein, es ist wieder verkehrt rum. Links ist rechts und links... Andersrum. Ah! Ach du Scheiße. Äh? Wieso jetzt wieder runter? Rechts ist links und links ist rechts. Ah! Wuppla. Hä? Ja, wenn ich auf links drücke, geht das Ding nach rechts. Und wenn ich andersrum, geht das in die andere Richtung. Wieso musst du nach unten? Was weiß ich denn? Ah! Ah! Okay, also ich weiß. Nein, nicht nach unten. Na, äh, nach oben meine ich. Für alle Leute, die das selber spielen wollen. Die Donkey Kong-Münze ist ganz am Ende Ende. Na, Wahnsinn. Oh, guck mal. Das geht aber fix. Was? Was? Wieso nach unten? Oder eine Energie? Was? 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 Was geht denn jetzt ab? Ah! 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 Okay, das... Rumschreien. Oh! Richtung andere! Oh nein, 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 nein! Wieso sagt mir das, dass das nicht gut geht? Wieso sagt mir das, dass das nicht gut geht? Pff! Bong! Oh, dein Fuel ist gleich leer. Ja, danke. Oh, oh. Toll. Natürlich. Keil! Wovon gehen jetzt bitte kaputt? Von der Rakete, die explodiert? Das ist komisch. Das ist komisch, ja, stimmt. Wenn man mit einer Rakete auf irgendeinem Felsen kracht. Das ist voll unrealistisch. Ja, nicht? Total. Jetzt gibt Gas! Warte, ich drehe mal meine Tastatur um. Dann habe ich nämlich rechts rechts und links ist links. Voll gecheatet. Nein. Real life cheat. Ja. Warum auch den Bananen folgen? Cool, mönchön. Ja, 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 ja. Du bist schon weiter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das wird eng. Das ist gar nicht gut. Der ist erst als du. So, komm, runter. Runter, runter, runter. Runter! Nein. Jetzt mit Volle-Kanone, komm. Schackalaka. Wieso habe ich das O nicht? So ein Kack. Nein. Warum auch die... Halt die Knappe, Mann. Du lenkst dich aus deinen eigenen Fehler nicht. Jetzt habe ich wieder zwei Münzen hier. O, 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 o. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Nein, da schon wieder. Und tschüss. was jetzt schon so schlecht war ich jetzt nur wieder nicht ich leh mich mal zurück gibt doch nicht hier schon gas ich gebe nicht gas doch du hast gas gegeben ja das glaubst du es mir nicht übrigens hat man sich darüber beschwert du immer mit mir hier am streiten ist das geht einem voll auf die eier ja bin ich dafür verantwortlich ist jetzt schon zweimal gegen das ding geflogen nein 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 ich bin an diese verdammte taste gekommen muss doch nur nach unten ist doch alles halb so wild ich bin an diese verschissene scheiß bummstaste gekommen ja warum machst du das weil ich das durchfalt rumgedreht hast ja genau deswegen aber jetzt kann ich das o einsammeln gibt doch hier nicht schon gas ich gibt nicht gas ich mache nur links und rechts du drückst dagegen bremst doch das macht das ding automatisch du flabes ja natürlich was sagt doch hier nicht streiten und dann flabes nein da ist es kommt man geht auch runter nein 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 eck weg ich will nur ja danke mehr will ich doch gar nicht so rumdrehen mitte 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 nach schon wieder fliegt schon wieder links oder rechts scheiße kannst du doch spieler vergessen nein noch ich komme immer bis zu diesem g immer bis zu diesem g weil du auch immer gegen die selben dinger fliehst Mann, ey. Kannst du es gerne besser machen. Werde ich tun. Jetzt mache ich gar nichts. Jetzt habe ich die Tastatur andersrum. Jetzt muss ich umdenken. Nein! Jetzt mit dich halten. Das sieht besser aus. Komm. Nein! Komm, 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 komm. Ach nee, das war ja auch noch hier. Immer bis da. Immer bis zu diesem verdammten Deal. Aber das hast du jetzt nicht gerechnet, wa? Nicht auch nicht. Speichere doch mal zwischendurch. Nein, ich will doch mal ein Skill zeigen. Ja, den sind wir ja schon seit 18 Minuten. Klappe! Ja, 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 ja. Nein! Komm. Gib Gas. Gib Gas. Ja, 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 ja. Gib Gas. Gib Gas. Ja. Da ist auch die Münze. Und? Hums! Hums, das war die letzte. Ne, war sie nicht. Doch. 41. Die letzte bekomme ich bei, äh... Ups. Im Endbus. Äh, nimm doch mal diese. Da ist das letzte Zahnrad. Ach. Schön, schön, schön. Guck mal, die erste. Einzige Blaufahne. So, das heißt, wir gehen speichern. Ich sag 96. Ah, so viel schon? 94. Na, siehst du. Uns fehlen immer noch zwei von den Sachen, von den Bären. Und noch Vögel. Das auch, jede Menge sogar. Wo sollen die sein? Das ist eine gute Frage. Toll. Weißt du, welche du schon hast? Was weiß ich denn? Ja, und ich aber, oder was? Ja, du bist doch das Brain. Ich bin der Pinky. Du bist der Brain. Jetzt funktioniert die Maschine wieder. Oh, schon wieder eines dieser Räckchen. Nur zu, steck es in mich, äh, in die Maschine. Mal sehen, was passiert. Hm, nun, jetzt sind alle drin. Ja, schon irgendwie scheint sich nichts zu tun. Oder? Doch irgendwie. Hm. Was ist das? Hm, bloß ein Lärm. Was, ein Lärm? Hey, schau mal nach draußen kommst. Du wirst es nicht glauben. Oh mein Gott. Wir sind ja schon nicht einfach. Ja, lest das mal so schnell. Immer in der Panik, dass es jetzt jeden Moment weggeht. Und es passiert überhaupt nichts. Was ist das für ein... Oh. Rotes Wasser. Wer hat das jetzt bitte weggesprengt? Und was kommt da für ein ekelhaftes Boot hoch? Und wo kommt bitte der Steg her? Freunde, bevor es aber dahin geht. In die Nautilus. Knautilus. Knautilus. Machen wir Schluss für heute. Oh, ja. Sehen uns morgen. Nein, ist er gar nicht so. Nein, das ist ja... Nein, das ist ja... Nein, das ist ja... Sehen uns gleich. Genau mit dem nächsten Teil wieder. Bis dahin und ciao. Au.